Radio SAW, morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ja, im Frühstück schaffe ich locker. Du? Ja? Nachdem die Ampel jetzt ihren neuen Haushalt rausgehüstet hat, ist halb Deutschland beim Arzt. Echt? Ja, die erste Erkältungswelle rollt. Das Tolle ist, dass wir seit Corona ja viel mehr Auswahl an Erkältungskrankheiten haben. Ein bunter Strauß Viren. SARS-CoV-2, Influenza, Rino, Para-Influenza, RSV, ABS, NFG, FDH. So macht Kranksein viel mehr Spaß. Ich sag ja immer, ich möchte auch mal wieder flachgelegt werden. Anzi! Wenn es nur durch eine Erkältung ist. Aber Joachim? Ja? Was macht Pinocchio, wenn er erkältet ist? Äh. Richtig, er geht zum Holz-Nasen-Ohr-Nas. Oh. Ja, ich komm ja. Du, ich weiß jetzt auch los. Ich wusste auch nicht, ich mein Joachim. Tschaui. Ach, der Herr Lauterbach mal wieder. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Frau Merkel. Na, Karl? Jetzt ist ja wieder Grippewelle. Freust du dich? Überhaupt nicht. Ich bin also gekommen, um Ihnen zu sagen, dass der Gesundheitsminister noch eine erleichterte Möglichkeit zur Krankschreibung für Bürgerinnen und Bürger hat. Echt? Noch was? Neben der telefonischen Krankschreibung? Ganz genau. Also, man kann sie jetzt auch bei Amazon bestellen. Bitte? Ja, also bei Amazon Schleim. Aha. Sag mal, du hast ja Humor. Du wirst sonst doch wohl nicht krank werden, was? Karl. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAB.